Beim WeCreateVision handelt es sich um einen 20 Watt Laserengraver und Cutter. Hi, hier ist der Tim mit einem kleinen Einschub. In diesem Video seht ihr ein paar unserer Kunstwerke. Wir können natürlich nicht jedes Mal die Kamera mitlaufen lassen. Trotzdem haben wir eins meiner persönlichen Highlights festgehalten. Wir haben uns bewusst für einige wenige entschieden, damit dieses Video keine 2 Stunden geht. Das Drehmodul, das in diesem Video erwähnt wird, behandelt ich später nochmal in einem eigenen Video. Bowser hier ist ein gutes Beispiel dafür, dass man mit dem WeCreate ein wenig Trial and Error probieren kann. Während unsere erste Geschenkidee einen großen Bowser beinhaltete, haben wir uns später nochmal für eine Miniatur entschieden. Deren Gravur und Schnittprozess seht ihr nochmal am Ende vom Video. Was man denke ich auch sieht, wir haben Bowser wirklich am unteren Ende des Brettes platziert und die WeCreate Software Makeit hat Bowser richtig positioniert. Der Autofokus hat damit nicht nur gut funktioniert, sondern uns auch eine gute Übersicht über das Brett gegeben. Ich brauche es glaube ich nicht zu erwähnen, aber Verlässlichkeit ist hier wirklich sehr wichtig. Was übrig bleibt waren ein paar Holzschnitzel. Schaut man sich das Ergebnis an, merkt man, dass der Vision wirklich sehr vorbildlich gearbeitet hat. Die Details sind gut und schmücken die Bowser-Figur. Der Vision ist mein erstes Gerät seiner Art und ich bin wirklich positiv von der Arbeit überrascht. Die Holzreste können mitunter noch verwendet werden, das kommt ein bisschen drauf an, was ihr macht. Im Fall von Bowser sind die Schnitte recht klein, sodass ich diese nicht mehr verwenden würde. Außer man möchte die Schnitte Zweck entfremden und neue Dinge daraus machen. Der beim Ausschneiden entstande Fledermaus-Schnitt, zumindest nenne ich das so, könnte auch als Ständer für den Bowser-Kopf dienen. Die große Platte hingegen haben wir wirklich gut ausgereizt und einen Schnitt nach dem anderen gesetzt. Eine Sache will ich euch noch mitgeben, fühlt euch da bitte nicht seltsam. Auch wenn man mit der Zeit mehrmals am Tag Vision öffnet, ist das Reingucken in den Laserkravierer jedes Mal ein spannendes Abenteuer. Mir ist noch eine Sache aufgefallen, auf die gehen wir im Video wenig bis gar nicht ein und das sind die Folgenkosten von der Nutzung des Vision. Natürlich, wer mit dem Laserkravierer arbeitet, verbraucht auch mehr Strom. Das Holz allerdings gibt es sehr oft günstig beim Baumarkt um die Ecke. Wir haben uns für die Weihnachtszeit schon ordentlich eingedeckt, denn dieses Jahr gibt es, darauf könnt ihr wetten, eine ordentliche Portion selbstgemachte Geschenke. Ich muss aber sagen, daran werden nicht nur die Beschenkten Freude haben. Der Recreate Vision war wie gesagt mein erstes solches Tool und etwaige Muster in Make-It einfügen macht mir unerwartet viel Spaß. Es gibt eigentlich unendlich viel zu erzählen und so werden nach seinem kleinen Einschub ganz locker zwei Minuten. Worum es hier eigentlich geht, das erzählt euch jetzt weiter Sarah. Vision gibt es in verschiedenen Ausführungen. In diesem Video wird das Clean Air Bundle vorgestellt, das auch das Rotationsmodul beinhaltet. Entscheidet man sich für das Clean Air Bundle, werden das Rotary Pack und der Recreate Rauchabsauger in jeweils einem Paket geliefert. Zunächst schauen wir uns den Recreate Vision selbst an. Im Inneren des Kartons befindet sich ein Infozettel. Die OVP soll samt Polstermaterial nicht entsorgt werden. Sollte es zu einem Garantiefall kommen, ist das verständlich. Allerdings sollte man den hierfür benötigen Platz am besten bereits bei der Anschaffung bedenken. In der Verpackung befinden sich zwei Gitter, die später am Boden des Recreate Vision Platz finden. Durch diese können unter anderem Abfälle durchfallen. Der Recreate Vision ist in weiß mit dunkelgrauen Akzenten gehalten. Der Laserengraver ist ab Werk gut verpackt und muss zunächst aus einer Plastiktüte befreit werden. Generell ist man mit dem Unboxing des Vision etwas länger beschäftigt, als man zunächst vielleicht denkt. Denn auch wenn es sich um ein familienfreundliches Gerät handelt, müssen alle Elemente installiert und angebracht werden. Schutzmaterial ist nicht nur außerhalb, sondern auch innerhalb des Lasercutters angebracht. Während man die inliegenden Schutzfolien entfernt, sieht man erstmals die HD-Kamera, welche später für die Forscherbilder in der dazugehörigen Software verantwortlich ist. Ähnlich wie es bei 3D-Druckern der Fall ist, wurde der Vision vor dem Versand von der Fabrik getestet. Als Dokumentation dieses Prozesses liegen zwei erste Werke des Engravers bei. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass die Unterseite des Vision leer bleibt, allerdings wird hier die Auffangschale eingeschoben. Hat man den Schaumstoff entfernt, sieht man erstmals das Lasermodul. Das Lasermodul lässt sich optionalerweise mit einem Notaus abschalten. Der Schalter empfiehlt sich vor allem, wenn man mit dem Nachwuchs arbeitet. Der Notausknopf wird zwischen das Netzteil und den Vision selbst gesteckt. Wie die mitgelieferten Zubehörteile verwendet werden, ist in der Anleitung erklärt. Zum Zubehör gehört unter anderem die Wifi-Antenne und der Verschluss für den Rauchschlauch. WeCreate legt einen solchen direkt bei. Dem Laserengraver legt ein 144-Watt-Netzteil bei. Für eine gute Luftzirkulation liegt ein Air Assist bei. In den zwei Zubehörboxen befindet sich auch das Rotationsmodul. Hat man alles ausgepackt, beginnt die Installation des Laserengravers. Wir haben uns zuvor ein paar YouTube-Videos angeschaut, damit auch wirklich alles an Ort und Stelle ist. Wahrscheinlich hätten wir ohne den YouTube-Input gar nicht bemerkt, dass auf der Oberseite noch eine Folie angebracht ist, die vor dem Betrieb abgezogen werden muss. Zunächst wird der Air Assist vorbereitet. Das kleine Tool soll für bessere Luftzirkulation im Vision sorgen. Zwar ist am Gerät bereits ein Kabel fest verbaut, ein weiteres wird auf der anderen Seite aufgezogen. Das fest verbaute Kabel ist der Stromlieferant für den Air Assist. Die Ports auf der Rückseite sind alle klar beschrieben, sodass es zu keinen Verwechslungen kommen kann. Der kleine Assist ist schnell mit dem Vision verbunden. Die Vision-Rückseite muss nicht allzu lange nach dem Zugang für den Air Assist abgesucht werden. Der zweite Port ist für diesen vorgesehen. Neben dem Power-Switch befindet sich der Eingang für das Netzteil. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, den Noteaus zu verbauen. Auch wenn vCreate den Vision für noch Unerfahrene und Profis gleichermaßen zugänglich macht, kann es nicht schaden, den Noteaus betätigen zu können. Dem Paket liegt ein EU-Stecker bei, sodass kein Adapter nötig ist. Beim vCreate Vision handelt es sich um einen smarten Laserengraver und Cutter. Deswegen wird rückseitig eine WLAN-Antenne verbaut. Die drahtlose Verbindung ermöglicht die Verbindung via Smartphone-App. Bevor sich Smartphone und Lasercutter verbinden können, muss zunächst eine USB-Verbindung hergestellt werden. Der USB-Port ist der letzte Port am vCreate Vision. Ein SD-Karten-Slot gibt es folglich nicht. Da insbesondere beim Schneiden von Holz Partikel freigesetzt werden, befindet sich auf der Rückseite ein Rauchabzug. Die Schlauchhalterung wird an vier Ecken fixiert. Zwar lassen sich die Muttern auch per Hand lösen, ein Werkzeug hierfür liegt jedoch bei. Damit der Adapter möglichst dicht ist, sollte man hier das Werkzeug verwenden und die Muttern so fest wie möglich anziehen. Der Schlauch wird anschließend auf dem Adapter fixiert. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man den Staub abfließen lässt. Die einfachste erinnert wohl an Klimaanlagen. In diesem Fall wird der Schlauch aus dem Fenster gehängt. Alternativ kann der Schlauch aber auch an einen Rauchabsauger angeschlossen werden. Der Abfluss nach draußen ist die günstigere Methode, der Rauchabsauger hingegen die beste Lösung für zu Hause. Beim WeCreate PP 2301 handelt es sich um einen Rauchabsauger für den WeCreate Vision. Im Lieferempfang befindet sich ein Schraubenzieher, um den Schlauch an beiden Geräten festzuziehen. Außerdem liegen drei Kabelbinder mit Klebepad bei. Der Rauchabsauger wird per Kaltstecker mit Strom versorgt. In zwei Anleitungshäftchen wird der Rauchabsauger genau erklärt. In die Oberseite des Geräts kommt ein Adapter, an dem der Schlauch festgemacht wird. Damit möglichst wenig Material entweicht, wird der Schlauch an jeder Seite fixiert. Wer schon mal eine Klimaanlage nach außen abgeleitet hat, kennt den Ziehharmonika Schlauch bereits. Zwar verfügt der Rauchabsauger über Buttons am Gerät, die Fernbedienung macht die Bedienung allerdings deutlich einfacher. Die Knopfzelle ist während der Lieferung durch ein kleines Plastikteil geschützt, sodass möglichst keine Kapazität verloren geht. Am Rauchabsauger selbst ist ein Infozettel angebracht, der die Wartung erklärt. Seitlich hat der PP2301 Griffe, um das Gerät leicht zu transportieren. Die Oberseite des PP2301 wird an der linken und der rechten Seite jeweils gelöst. Das ist nötig, um beispielsweise den Filter zu tauschen. Der WeCreate PP2301 ist in weiß gehalten mit einem Display auf der Front. Darunter befinden sich vier Buttons, die auch auf der Fernbedienung vorhanden sind. Mit diesen kann unter anderem die Zeit und die Intensität des Luftabzugs eingestellt werden. Kauft man den PP2301 Extra, kostet er 700 Euro. Laut Artikelseite kommt keine Steuer nachträglich hinzu. Der Rauchabsauger kann aber auch direkt beim Kauf des WeCreates Vision erworben werden. Hierfür sollte man das Clean Air-Paket wählen, bei dem auch der Dreheinsatz im Lieferumfang enthalten ist. Im heimischen Bereich wie bei uns empfiehlt sich auf jeden Fall, das Clean Air-Paket. Das Schlauchende muss nun mit dem PP2301 verbunden werden. Hierfür wird noch ein Adapterstück aus dem Lieferumfang benötigt. Steckt man dieses in die Oberseite des Rauchabsaugers, passt im nächsten Schritt der Schlauch auf den Adapter. Dieser muss, wie schon am Vision selbst, noch fixiert werden. Im Anschluss kann der Rauchabsauger mit Strom versorgt werden. Hierfür verwendet WeCreate ein einfaches Kaltsteckerkabel, welches nach Belieben kürzer oder länger nachgekauft werden kann. Ist das Clean Air-Zubehör mit Strom versorgt worden, kann das Gerät über den grünen Kippschalter eingeschaltet werden. Im Anschluss blinkt die rote On- und Off-Taste. Mit wie viel Kraft der Rauchabsauger arbeitet, wird über fünf LEDs und eine beleuchtete Anzeige visualisiert. Ein einfacher Druck auf die Power-Taste schaltet den Rauchabsauger ein oder aus. Hat man sich um den Rauchabzug gekümmert, fehlen noch zwei letzte Vorbereitungsschritte, um den WeCreate Vision in Betrieb zu nehmen. Zunächst werden die beiden Laser-Bett-Teile eingelegt. Aber Achtung, es empfiehlt sich, hierfür den Vision einzuschalten. Kaum ist das geschehen, fährt der Laser-Cutter automatisch hoch, wodurch man besseren Zugriff auf das Innere hat. Hat Vision die höchste Position erreicht, stoppt der automatisierte Vorgang. Die Laser-Betten können nun platziert werden. Abschließend wird noch das abnehmbare Tablett eingeschoben. Schließt man den Laser-Engraver an den PC an, kann die Software eingerichtet und der Vision ausprobiert werden. Hierfür lädt man die kostenlose Software WeCreate Makeit herunter. WeCreate bietet das Tool sowohl für Windows als auch für Mac an. Um richtig mit der Software zu starten, legt man sich einen Account an. In Makeit lässt sich binnen weniger Klicks die Software-Sprache auf Deutsch einstellen. Nachdem die erste Verbindung über USB hergestellt wurde, kann man in den Einstellungen die WiFi-Funktion aktivieren. Hat man den WeCreate Vision vollständig eingerichtet, kann das Stöbern in der Bibliothek oder das eigene Erschaffen von Designs losgehen. Vision kann sowohl gravieren als auch schneiden. Beide Funktionen sollte das Gerät im ersten Testlauf anhand eines Prodigy-Puzzles unter Beweis stellen. Motive können entweder in Makeit oder auf Google herausgesucht werden. Es empfehlen sich Bilder mit transparentem Hintergrund. Sollte man kein solches finden, verfügt die Software über ein gutes Freistellungstool. Damit das Föderationsraumschiff graviert werden kann, lässt man einmal die Autofokus-Funktion durchlaufen. Hierbei stellt der Vision sicher, dass alles präzise eingestellt ist. Der Autofokus nimmt der nutzenden Person viel an Feinjustierungsarbeit ab. Bei herkömmlichen Geräten muss der Fokus manuell durchgeführt werden, was durchaus Zeit und Nerven kosten kann. Im Falle des Vision dauert der Vorgang schlappe 10 Sekunden. Je nach Höhe des Materials stoppt der Laser und die Fokussierung wird vorgenommen. Als Anfängerin, Anfänger oder Etsy-Shop, der nicht viel Zeit auf den Fokus verlieren möchte, ist der Autofokus eine sehr nützliche Sache. Die Funktion erinnert etwas ans Auto-Leveling von 3D-Druckern. Auch hier hat die Funktion die Einstiegsvoraussetzung für das kreative Arbeiten deutlich gesenkt. Im Anschluss kann über den Start-Button der Gravur-Vorgang gestartet werden. Der WeCreateVision fängt umgehend an, das in der Anwendung festgelegte Bild zu gravieren. In der Make-It-App wird zwar vor dem Start die ungefähre Zeit angezeigt, während des Gravierens visualisiert ein blauer Fortschrittsbalken die Bearbeitung des Auftrags. In Sachen Lautstärke hat man es beim WeCreateVision durchaus mit einem Arbeitsgerät zu tun. Auch wenn der Ton im Video etwas leise erscheint, ist der Gravierer kein Gerät, das man nach 22 Uhr ohne Streit mit eventuellen Mitbewohnenden oder Nachbarn startet. Mit der Prognose, wie lange die Gravur dauern soll, lag die Software etwas falsch. Acht Minuten und 38 Sekunden dauert der Vorgang. Im Anschluss ist das Kunstwerk fertig und kann begutachtet werden. In der ersten Disziplin konnte sich der Vision beweisen. Die gravierte Protostar wird auf dem Holz wie erwartet abgebildet. Das Motiv soll aber natürlich nicht auf der oberen Ecke des Probeholzstücks verbleiben. Stattdessen soll ein Puzzle entstehen. Das entsprechende Schnittmuster kann in Make-It geplant und erstellt werden. Man kann bedenkenlos mit der Schablone experimentieren, bis man ein gutes Ergebnis erzielt hat. Der Schnittvorgang wird auf ähnliche Weise angestoßen, wie es schon beim Gravieren der Fall war. Im Falle des Puzzles lag die Schätzung über der tatsächlichen gebrauchten Zeit. Make-It ging von 5 Minuten 10 aus, während der Vision 4 Minuten 40 benötigte. Das fertige Produkt kann direkt aus dem Laserengraver und Cutter genommen werden. Da unser Puzzle komplett geschnitten wurde, bekamen wir direkt nach der Produktion die Chance, das Werk auf Funktionalität zu testen. Das Ergebnis, jede Menge Spaß, trotz nur 24 Teilen. Einen kleinen Star Trek-Fan werden wir damit auf jeden Fall glücklich machen können. Der WeCreate Vision kann ein guter Einstieg in die Do-It-Yourself-Welt sein. Die Basisvariante ist mit 1299 Euro beim Hersteller verfügbar. Für die Verwendung in den heimischen vier Wänden ist allerdings das Clean-Air-Paket wirklich praktisch. Dieses bietet WeCreate aktuell für 1899 Euro an. Eine kleine Anmerkung habe ich noch, der Gutscheincode Herbstbastelei gibt euch 60 Euro Rabatt auf den Vision. Ihr habt noch Fragen zum WeCreate Vision? Dann habt ihr mit in die Kommentare. Mein Name ist Sarai-Lisa-Oley für die NerdBench. Ihr habt ja gesehen, wir haben ganz viel gemacht, unter anderem diesen kleinen Nintendo-Schurken hier. Der war ein Geschenk für einen Super Mario-Fan und der kleine Fan, der hat sich riesig gefreut. Aus den Schnitten kann man uns auch was machen, das könnte zum Beispiel eine Fledermaus für Halloween sein.